das pokémon fangen den zu fangen könnte etwas schwieriger sein aber versuchen wird mal stahl aus und ja wie man sehen kann ich habe rappte oder bei und zwar deswegen war mein toge mario wird nicht in der lage seiner ding zu paralysieren weil das boden ist zur hälfte also ja muss man uns etwas verstärkungen holen aus unseren hauptteam und ja ich weiß genau was ich dagegen mache kampf der schlangen war niemand ist da wird das ding auf jeden fall nicht kennen weil staats hat eine immense verteidigung okay damit kann ich leben so halbwegs glaube ich könnte ein bisschen ja okay das ist gut damit dürfte ich den so auf rot irgendwie bringen auf geld mindestens 50 ist ein bisschen höher als ich übrigens mir vorgestellt hatte aber okay oh gott man folgt okay gut dann jetzt heißt es werfen bis der zeug hier werfen was das zeug hält mein gott natürlich ist erde geht dann kann ich kein pokémon auf dem erken weil ich ein bisschen doof fände also es kommt rein da jetzt kommen rein ja jawoll ist ein verdammtes angriff einsetzen wo ich nicht wusste ich konnte kein bokeball werfen also irgendwas muss ich ja in der runde machen muss ich einen x angeweite machen jetzt so aber erstmal entwicklungen waren in kala und wir haben ja schon ninja tom aber ja ninja aber wir wollen ja noch ninja toben ninja tom bekommen wenn man einen freien platz hat in seinem team wenn man den karl entwickelt was wird zufällig haben okay und kipps kommt irgendwie doch fünf sechs minuten gedauert übrigens dass dieses stahl ausgefangen habe geht noch finde ich ein großbruch und das mit seinen riesigen schirren bild um sich schlägt man sagt das ist sehr schwer zu trainieren sei ok stahl aus wo dann ein eintrag gemacht das heißt dass der körper von onyx so hat wie ein diamant werde wenn es mehr als 100 jahre lebt was hat das mit stahl aus zu tun und nicht mal irgendwie im pokodex eintrag kommen hallo hallöchen wie geht es dir so verteidigung hoch da ist natürlich das beste was wir haben kannst für ninja ton mit einem kp kann treffer gut verkraften ein kp ok muss mal kurz den vokalex gehen und den eintrag von ninja tom suchen noch immer der ist da noch mal 106 dann ist das sonderbares pokémon das plötzlich auf grislauf der weise in einem pokéball auftauch wenn den kader sich entwickelt ja cool auch als meiner liebtes buchmann alles klar weiter geht's ok da kommt schon auf und zu alles klappt 1 4 fände ist so sein voll überlebt jetzt winger alter donna will ich habe das ist ein guter anfang findet er nicht ja weil sie ist kann ich bemerkt habe versucht mir die ganzen ausschießen zu fragen die ganzen dicken brauchen oder die die schwert zu entwickeln sind muss ich sagen also ja da wird dem nebenleben töten ich auf level 60 ok 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 kann ich mit leben war level 60 da kommt jetzt ein bisschen dauern vielleicht ja ich kann nicht mit trug schlag in seiner café superwurf geil ja einfach mal so eine level 62 findest gefangen und übrigens all diese pokémon werden sich jetzt entwickeln da kommt noch dazu also ja damit kann ich jetzt locker durch die story gehen mit dem teil also weg fähigen was war ja langweilig da nun patsen nicht entwickelt sich noch mal so ein run irgendwie sechs pokémon bekommen siberio die reise die es ausgefroren im atem erzeugt hat sind härter als stahl ist schwirrend auf der suche nach futter durch die eis meere ok aber wenn ihr nicht immer etwas neues lernen wollten ein bisschen schneller gehen ein blond song und am brond song ehrlich gesagt gerade auf dem weg hierhin gefunden haben wir gedacht der art entwickelt war jetzt also bräuchte ich fangen praktisch ist man verhältnis als regenmacher wenn es trotz immer mit unheimlichen stimmen die wieder ton einer glock klingt aha glocken klingen die stimmen war so nächster popota ist entwickelt sich ich finde ich auch holt die potteros manchmal bleiben in der öffnung in seinen körper steine stecken mit tomif entfernen diese steine deswegen genießen sie seien schutz die tomif hat diese kleinen käfer rube braner entwickelt sich in branchen voran aber hat sie entwickelt wollen die seinen ganzen körper bedecken können erschütterungen auf erdbeben stärker erzeugen es ist alt verwandt mit glibb und art verwandt ja okay macht es nicht nein da ist schon wieder so ein übertrieben auf progex eintrag wirklich sonst wir finden es niemand weiß ob es einen eigenen bilder hat über radio wenn empfängt das befehl aus der jenseits menschen pokémon zu entführen nein da müssen die alle so creepy sachen namen wie geist pokémon cool nächstes wenn wir glück haben läuft dieser kampf genauso leicht wie der letzte also kommen ja wahrscheinlich auch wieder voll überlevelt ok bitte weil ich ein langer wenn damit willst du mich nicht erledigen oder gott ok sicher safe nadelraketten käfer gegen aber der ist zuhafte ja komm gott ich weiß nicht ob du fluch hast deswegen als traumfresser dort finster aura oder finster wille keine ahnung irgendwann mit finster bis finster ja ich muss erst mal gucken ob du nicht fluch kann es war sonst wenn ich dich nämlich um aus versehen nein was mache ich da direkt aber da du traumfresser kannst ne nehme ich mal an du kannst auch hypnose du bist ja wohl nicht noch fließt auch als angefangen oder alles mit fluch bitte weil dann werde ich hier nicht zufrieden superwurf die stärkste durchdragskraft dreck noch einmal okay und etwas frust erspart 3000 erfahrungen die alle entwickeln sich schon mal wieder gut dann zeig mal was pump hans entwickelt sich nein das schon immer haben diese rieselhaftes pokémon ist seine lehme menschen die vor 20.000 jahren von ein rohrten volk angefertigt wurde überstrahl krass so von dem die entwicklung haben wir ja schon gesehen kloppt doktor jiu jitsu pokémon gerade der körper bestehe jetzt muss gerne die schiere stärke seines würdig ist bei dem ist sein titel einsetzt es sagen darf legendäre im aufhören die ist war irgendwie was neues zu hören wenn euch entwickelt ich bin es euch sowieso nicht Kampi und spektakulär landtoren oma lantern sei nichts zu hält selbst aus 5000 meter tiefe in dem meeres oberfläche dringend jetzt kommen die ganzen zera nein in fessler nein warum nicht verkäufer worten und dann verkaufen naja nun entwickelt sich kürz monte caro so gewöhnt als eine anspielung an irgendein berg meistens ist friedfertig aber wenn menschen eine mine zugrunde richten sieht es roten verbrennt sich mit 1500 heißen klammen 1500 grad heißen kommen die man mal treiben wie es pokémon ist so stark es kann mit dem finger schnitt man hat ganz den universum vernichten wenn schatten bei form und plötzlich anfangen sich zu bewegen und zu lachen und steckt zweifelst gegen ja leiter nein ok und wieder wie viele pokémon 5 naja 250 das ist klar sehen uns beim nächsten pokémon ich habe noch keine ruhe tot wenn man nicht mal jetzt gesehen ich weiß noch nicht mal wie es aussieht in diesem spiel würde ich kann es nicht schwächen mit trugschlag oder kann ich doch so aus das berg wie den sandstorben hallo und dann schwächig da den eigentlichen paralysiert aber anscheinend ist ja kein sandstorben und man bieten jetzt halt nämlich irgendwie so aus gerade so ich wollte schon sagen wird jetzt trotzdem überlebt durch reflektor von einem artikel kommen irgendwie immer wenn ich die gerade ich brauche um danke das war dank schön er steht ihm auf ein bein es wechselt seinen stand bei so schnell dass man es kaum sieht wie ein flamingo gut und du komm mal her ein bar schuft dann wird es echt schwer ich irgendwie pokémon zu finden ich noch nicht habe schon die augen offen halten nach allem weil ich noch nicht habe jetzt ruhig einmal angreifen können kollege das ding konnte sich nicht entwickeln so werden es einfach so ziel gesehen ziel gefangen sagen jetzt entwickeln wir wieder zeugs glaube ich glaube ich oder wieder mal nochmal bereits zum entwickeln oja nanobito entwickelt sich den bindend sind in den dente und da sind auch irgendwie krass aus canastorah thalash thora die hände sein könnte besteht aus sieben verschiedenen betoren wobei der kopf das sagen über die anderen glied maß hat alles klar und ja schnee bedeck entwickelt sich zu drecks besser ich meine rechts besser drecks pizza schwingt seinen großen armen wie hammer und betreibt damit gruppen von flamke und die es auf schneebleck abgesehen haben die märz von hammer hammer eigentlich nur hammer also nicht so eine sachen da bin ich mir nicht so sicher und du entwickelst dich nicht in dieses dingen hatte aber ich war verwechselt wenn wir das nicht hier in den ganzen vergessen aktie las ich habe gedacht da wäre irgendwie ein eisdachwatte hatte wenn uns den akt auf den rücken schwimmt es werden erst weg durch die kalten meere hohe breiten gerade und einer wand stahl drache ich übrigens auch gesehen ab in dieser einrote rote 10 sind bei anderen beliebt weil sie eine harte weil sie ihnen harte kämpfe liefern sie werden oft illegalen teichen ausgesetzt wobei sie wodurch sie sich schneller verbreiten bad verbrechen den pokémon ok ja nächstes doch gerade ja warum nicht das ding durch level entwickelt dort mir irgendwie zu lange da kann man direkt fangen so 50 ok jetzt kommen wir nicht mit so was ja wie gesagt das ding entwickelt zu spät über ende level in der 40 level irgendwie fm dann ich habe das nicht meine ap da bringt leider nicht viel weil der ruhe ort hat also ja komm bleibt drin bleibt drin bleibt drin bleibt drin bleibt drin jawohl gott schön tut es leider nichts entwickeln hallo haffnir ein eisbüttiges und brutales buchmann als flugzeilen in der dunkle wehrlosen gegnern gnadenlose verletzungen zu also ist klar du wirst ja noch gefunden ab gibt streich warum nicht so wenn wir schon mal hier sind auch scharf klauer da könnte ich meinst nie will gehen zum entwickeln so ich habe gerade irgendwas gesehen bist du denn ach so ja ich oder den an egal einen von den beiden ich habe schon voll aufgesehen aber ich habe mich irgendwie noch nie irgendwie dazu überhoben euch zu fangen aus irgendeinem grund jetzt nicht so mal dran der todesball von friezer attacke überlebst du einen funken sprung von ich weiß gar nicht was du für ein typ ist bist du nicht augen die geist so war man eine rakete ok ja ich mache trotzdem weiter nach man zwei mal natürlich wieder hat dann heißt es jetzt werfen ja ich habe meinen schläger genannt mein toge dem haro stanna ich habe sie durch einen angriff definiert so weil ich gefangen sehr gut weil er 15 lernste teleport es hat seine beute mit seinen schleierartigen arm fest und zerrt sie 8000 meter tief ins her und der meiste hat seine freundin schnappen uns auch noch weil warum sie glaube ich nicht als eintrag aber was soll es da steht schon gefangen donnerfälle wahrscheinlich die gleichen muss also meine genesung hast dann ist schon mal sehr nervig also ja bokeball fliegt und sie geht doch was mein freund ist euch schon im team ok dann komme ich auch sehr gut und ist die treu und ja klack entwickelt sich weil diese schwarz und weiß pokémon da ist so lange dass sie sich entwickeln von die story ist irgendwie voll unter level was pokémon sich irgendwie entwickeln sich erst am ende level 40 und weil ich der finale post ist gerade mal so ende level 40 wenn ich mich nicht irre schlappelspitzen können starke elektrizität ab vor einem roten zentralbestandteil sind unmengen von energie gespeichert nein so haben die weiblichen irgendwie einen anderen eintrag da möchte ich doch mal gucken am genau den gleichen eintrag also ein bisschen enttäuschend was soll es nächstes so der könnte wehtun aber was soll es verschwindet die musik manchmal ich weiß die musik einfach weg max ax ok level 60 alles klar donnerweilung ist nur trache wenn ich mich irre oh gott da ist aber normal oder schon überleben oh gott du bist ich nimm das jetzt ist wieder werfen da macht er noch mal schaden an mich dann jetzt meine chance also ich fange nicht direkt die haben habe ich auch weil ich hatte voll angst gegen natürlich zu kämpfen und dann lässt sich einfach so fangen geil ist das denn okay ich habe nichts entwickelt sich ok seine riesigen robusten hauer sind größer als sind sein größter stolz es hält sich kräftig es hält sie kräftig und gesund ihr nehmt es an erde leckt um mineralstoffe aufzunehmen so mein gott ist davon komplizierter satz okay das war einfach als gedacht nächstes ein teil in dieser gruppe hat mein interesse geweckt und zwar dass hier natürlich wann war für entwicklung von diesen geistert achten die stadt sind die 155 oder sind noch im normalen wie ich heim im hohen gras so hat okay jemand hat war eine geister attacke also kann man ja schon mal egal ich weiß nicht was ich sonst machen sollen mit dem zug machen wir mal ein bisschen schwächen näher ich vergaß naja ehrlich auch damit ich hoffe dass eine frizische attacke eigentlich alles donner gott aber eisenstachel dann kommen wir ja ein spezieller wof ja jawohl sehr cool schon mal die nachentwicklung von diesem ding lebenstropfen dann brauchst mich diese fehlen attacken diese fancy fehlen attacken du bist doch nun psychopokémon da warst du jedenfalls mal übrigens entwickelt sich gerade wenn sich sein trainer freut tanzt ist in einen schwall von energie fröhlich kreisend umher so und du beim fliegen ist es bis zu 200 km h schnell es kämpft gemeinsam mit kroll trauen kümmert sich bis zu dessen entwicklung um es aber es hat ein gold auf dem kopf ok kohle raus hier löcher nach man klein abstecher in diesem wald gemacht und man habe ich gefunden habe dieses sehr verstörend aussehende ja ehrlich wie gefällt dir in das dann ich habe schon sagen die pflanze da könnte richtig nervig werden na gut am werfen habe bälle ja ich bin schon gedacht war natürlich zu bekämpfen da könnten nervig werden super super nach am schmack hey er wäre das auch ein heilbuch wie viele heilbuch hatten der ist er jetzt nicht doch nicht so lange gedauert aber dieses creepy ding auch mit linken ihren spuren wird es eine beute in den schlaf und saugt ihr dann über seine fingerspitzen die lebenskraft aus ja okay wehen sind auch creepy so ich habe ich gesucht mal her und das geist drei stunden glaube ich ich weiß gar nicht was du bist echt aber ein wohltuendes aroma bei sich aus es ist fehlgeschlagen dann kommt sogar auch noch und ich habe gewährt ich habe einen moment weg hatte schon wieder schütteln mutig naja auch damit bitte danke ein wohltuendes aroma ist fehlgeschlagen weißt du noch als ich den fall auf dich geworfen habe und stand irgendwie ich konnte nicht werfen jetzt kann ich dann werfen jetzt bis zu dran sonst wird sagen wir entwickeln abteil auch mal um zu sehen was sich entwickelt ich meine wir wissen was sich aber schon es hat eine einsame seele besitzt von einer abgestellten kalten tasse schwarz hier gefunden sei es zu diesem pokémon geworden krass da diese eine typ im aspekt der dreht mir ja irgendwie fast jeden zweiten tag in wie so eine richtige kanne an ich würde sagen dann nutzt man mal eine davon um das teil zu entwickeln direkt und uns auch diesen eintrag hier zu wollen ich habe irgendwie noch eine andere tasse bekommen ich habe einmal ok anscheinend nicht alles klar dann der richtige kanne eben wie gesagt jetzt verkauft mir etwas am jeden zweiten tag also ja noch mal ein jetzt noch mal dadurch wenn ich jetzt eine andere kanne gibt sie lassen sich in alten teekern nieder die meisten dieser kann sind billige fälschung aber es gibt auch ein paar sehr selten originale die time hat jetzt mir vielleicht mal angucken sein und das macht aber ok ja ich kriege kann okay keine ahnung ja nächstes so letztes pokémon heute ein servo und ich glaube du bist psychisch oder abbringt leider nichts kollege hier du kannst irgendwie genesen oder irgendwie so was ich mache jetzt einfach weiter mit trugschlag das bringt nichts kollege mann und spezieller worauf natürlich klasse sehr wohl wurde gefangen das herr woll mit sehr wohl gewaschen agilität braucht das nebel auf jeden fall ist ja nur eins sehr schnell zu gucken oder zeiten mit denen auf seinen kopf erfasst dass die gefühle seines gegenüber als männchen kümmern sich wie bedient sich um ihre trainer ok sagen jetzt haben wir 130 pokémon 230 pokémon eigentlich natürlich und ich würde sagen hat reicht für diesen part ich glaube das ist so auf einer halben stunde irgendwie so alles kommt dazu hin und ja ja die habe ich schon mal eine sammlung gegeben ich bin weil ich weiß nicht ob du dich entwickelt sich noch entwickelt sich nicht ne ich nehme ich jetzt mal an ja auch guck euch mal an kommt euch dann alles an ja für davon werde ich nicht benutzen aber was soll sie zu haben dann ist da man richtig ist gut aber ich sagen ich bedanke mich alle zuschauen ich hoffe euch hat dabei wenn ja hinter das doch bitte ein like ein abo oder ein kommentar das würde mich sehr freuen und ich sehe euch dann in der nächsten folge wieder tschau